nicht nur alle leute ist das eine rotze so weiter geht es jetzt hier muss dass das echt hier hat das hat man muss ja so lernen muss erst mal herausfinden wo die ganzen schlechten geht wo die heftigsten gegner sind die zuerst platt machen das muss man heraus das habe ich glaube ich den falschen getroffen dachte ich mir schon aber was habe ich jetzt gemacht warum drücke ich das scheiße ich bin doch voll verblödet leute diese helikopter nervt natürlich auch der ab ob es eine deckung vorgehen dass die heftige die um die 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 Sieht auch schon wieder richtig scheiße jetzt aus, sag ich mal so. Scheiße! Boah, fuck. Ja. Och man, warum ist das jetzt so schwer? Ich check's nicht. Also richtig schwer, ohne Witz. Und ich frag mich, wie weit der Checkpoint noch ist. Vielen Dank. Und ich frag mich, wie weit der Checkpoint noch ist. Ich frag mich, wie weit der Checkpoint noch ist. Granate dahin zu werfen. Schööö weggebasht. Oh scheiße. Was denn? Da war immer noch der, hä? Alter, hä, da war mehr aus, wa? So, jetzt nochmal die Scheiße hier. Erstmal in Deckung, wieder oben wegflaschen. Hä? Was war das denn jetzt? Das ist ja wohl Wahnsinn hier. Meine Fresse. Ich bin jetzt hier. 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 Ich kann mal in Deckung bleiben hier. Da oben wegbashen. Ganz schnell. Wieder so wenig Energie nur noch. Fuck man. Richtig mies. Soll ich mich erstmal hier irgendwie wechseln? Ich muss unbedingt Granate werfen. Hat's geklappt? Nee, hat's glaube ich nicht. Scheiße. Scheiße. Er lebt immer noch. Wenn ich's so mache, schieße ich mich selber ab. Dann schieße ich mich selber in den Tod. Ach Leute, wisst ihr was? Das ist echt heftig. Wenn wir gehen, ich- Ach du Scheiße! Ich muss den hier aber jetzt ganz schnell Waffe wechseln hier. Ich muss den Kappelstattagen haben darüber was, Oh, tatsächlich mal geschafft hier. Scheiße. Nein! Oh, Leute. Wenn ich komme, ich einmal wieder ein bisschen weiter und dann das. Okay. Wir haben anscheinend so eine kleine Taktik schon herauszufinden. Vielen Dank. Dann zeig dich. So, also. Jetzt haben wir das wieder hier. Die Situation. Ich werfe da erstmal wieder eine Granate. Gucken. Nein! Das war es wieder für mich. Ah! Boah, Leute. Danke. Vielen Dank. Alter, stirb doch! Meine Güte. Hast du noch? Okay. Das haben wir wieder. Boah, ist das eine Scheiße. Jetzt habe ich wieder nur noch Hälfte Energie. Das ist immer blöd. Das ist dann verdammt riskant. Ach du Scheiße. Das war doch... Kommandant ist schon mal tot. Habe ich gerade so gesehen. Aber leider habe ich jetzt nur fucking wenig Energie. Das ist schon wieder richtig doof. Ja, das werde ich nicht packen. Leider nicht, Leute. Kann ich mir völlig abknicken hier. Ja, das war's. Kann ich voll vergessen. Keine... Ach, das war's. Mann, ey. Ah, Mist. Ich habe, wenn ich zu dem Punkt komme, leider zu wenig Energie, um weiterzukommen. Ah, ja. Da war ja was. Dann mal so. Dann den bei Nausen. Dann den. Wenn ich es mal schaffen würde. Das ist ja wieder nur Hälfte Energie. Alter Vater. Kommt mir so vor, wenn die immer schwerer werden hier. Ja, Alter. Energie ist schon fast leer hier wieder. Kommt doch gleich noch einer. Um die Ecke gesprungen oder nicht? Scheint doch nicht. Naja, egal. Toll. Das kannst du schon wieder abknicken. Guck mal meine Energie an, ey. Ist doch scheiße. Ist doch zum Kotzen, ey. Ist doch voll zum Kotzen, Mann. Scheiße. Ach, das war's. Jawoll. Shit, Mann. Es ist vorbei, Janik. Sag uns, dass sie nicht mehr schmerzen. Geringere Schwierigkeitsgrad bringt dir wie gar nichts, ne? Kann das sein? Scheiße, ey. Scheiße, was war das denn jetzt? Schon tot. Wie schnell das denn? Oh, Mann. Das regt mich echt auf. Ich will endlich weiterkommen. Kann doch nicht so schwer sein. Ist ja echt mies. Aber dieser Helikopter-Scheiße macht mir auch ganz schön zu schaffen, zu schaffen, da, ey. Freudige. So. Du. Du. Alter, ey. Ist doch nicht mehr normal hier. So. Jetzt muss ich hier gleich einen rein-rageen. So. Wo sind sie denn? Hier. Und da kann ich noch ein bisschen draufschießen. Und da. Wo ist denn da oben? Na toll. Ah, hier wieder echt viel Energie, ey. Scheiße. Irgendwie gar nichts. Toll. Ja, das bringt doch wieder nix, ey. Mann. Scheiße. Ja. War doch klar. Fuck, Mann. War doch klar. 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 Jetzt habe ich gute Energie. Wenn ich jetzt gut aufpasse hier, könnte es klappen. Komm schon. Ja, das sieht schon besser aus. Oh, jetzt muss ich mich konzentrieren. Komm schon. Ah, wieder so wenig. Fuck, Mann. Grenadier lebt noch, ne? Oder Dingens lebt noch. Scheiße. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, das wird nichts. Mann, scheiße. Will den da hinten treffen? Ich glaube, ich schaff's nicht. Das ist ein Grenadier. Äh, nicht ein Grenadier. Den Kommandant. Arschlecken. Richtig mies. Aber ich treff ihn nicht. Mann, ist das ätzend. Boah, ist das ne Scheiße, Mann. Mann. Mann, mein Island. Co. Mann, Naja, es wird doch wieder nix hier. Toll. Ach, scheiße. Fuck. Ach, Mann. Ach, Leute, tut mir ja echt leid, dass ich so voll am Abkappen bin. Aber ich find's echt schwer, ey. Ach, Mann. Oh, Energie, Leute. Oh, Energie. Ja, nicht viel, ne? Scheiße. Leider nicht viel. Ja, halbe Energie. Ich hatte schon mal mehr an diesem Punkt. Scheiße, ey. Oh, was war das denn? Scheiße. Hä? Jetzt ist er platt, oder was? Wie cool ist das denn? Ja, toll. Und ich hier mit meiner mickrigen Energie. Scheiße. Ja, was sollte ich machen, Leute? Ich hab keine Energie mehr gehabt. Ach, Mann, ey. Mies. Ganz mies. Okay. Tschau. Ja, geil. ... ... ... ... ... ... ... Ja, fuck. Boah, regt mich das auf. Ich will das endlich schaffen. Ich sitze da schon 40, 50 Minuten dran, ey. Ja. Ich sitze da schon 40, 50 Minuten dran, ey. Ich brauche mir hier diese Energie. Jawohl, schön. Jawohl, volle Energie, Leute. Jetzt kann es was werden hier. Jetzt muss ich gucken. Jetzt muss ich Gas geben. Oh ja, das sieht gut aus. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Leute. Nein. Vielen Dank. Ich muss aufpassen. Oh, das schaffe ich nicht. Ach, du Scheiße, Leute. Boah, komm schon, Mann, bitte. Ich muss es schaffen. Komm schon, zeig dich. Ach, du Scheiße. Ich brauche die Energie von euch. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Nein, was macht er denn? Boah, weil ich mich jetzt ersch... Nein! Weil ich auf den Boden geschossen habe vor mir. Oh, Leute, Mann. Ah, verdammt. Und... Oh, Gott.